So, ich würd sagen, sollen wir rein? Ja, warte, abbrechen. Äh, gut, dann geh rein. Oh, warte, ich komm mal rein. So, das ist ein paar doch. Oh Gott, hüpft mal alle, Leute. Äh, hüpft. Wo bist du? Alter. Oh, das ruckelt richtig bei mir durch die ganze Masse. Die Narben, das ist wie so ein riesiger Gewusel. Ich hab 13. Wo bist du denn, Manuel? Krass. Ich bin GLP-Duff-Duff. And this is Jackass. Äh, zweite Laterne. Die ist in der Mitte von der Gruppe. Ja, okay, da bin ich gerade. Ich stell mich mal genau davor. Hüpfe. Direkt neben der Laterne. Leute, versucht uns bitte nicht zu folgen, damit wir uns finden können. Ja, genau, wir wollen uns einfach finden. Du scheinst bei mir, kann das sein, dass du irgendwie in einer anderen Ebene bist? Gruppenleiterkanal ändern. Wir sind auf einer anderen Ebene. Die haben mehrere Server. Ja. Alter. Wenn das hier eine Ebene ist, wie voll sind denn da noch die anderen? Boah, Alter. Wie krass wird das denn? GLP-Duff-Duff. Du bist an mir vorhin herbeigelaufen. Achso, dann warst du da. Ah, da bist du. Warte, bleib da stehen. Wo bist du denn jetzt hingegangen? Ja, wo bist du denn? Ach, da. Ach, seh dich. Oh, nehm dir. Boah, nehm dir war aber eine richtige Schönheit. Ah, siehst so sexy aus. Boah, du hast ein Teiler, Manuel. Leute, bleibt bitte stehen. Wir können euch nicht angucken, wenn ihr nicht stehen bleibt. Ja, weil, weil... Am besten wäre, wenn ihr einfach nur noch einfriert. Oh, da ist Piccolo. Das ist auch wie GLP-TV-Piccolo. Ja. Naja, also Piccolo sieht nicht so Argo aus, aber... Ja, aber manche sehen echt super krass aus. Wenn ich den einen mal finde, ey. Oh, die Verkleidung. Der sieht so ein bisschen aus wie Ken mit lilanen Haaren. Toll, den gucke ich nicht an. Der ist nur wegen GLP hier. So heißt der. Hallo. Tusch, tusch. Was, wie klein. Ich glaube, die Kleinen übersehe ich sogar. Was ist denn das? Warte, ich komme mal eben zu dir. Warte. Boah. Lass mal, wo bist denn du? Lass mal jetzt einer drum rennen. Ja, warte. Jetzt im Vergleich. Lass mal den Weg einfach voll, dann muss ja irgendwas passieren. Lauf einfach mal weiter. Krass. Da ist so ein Meer von Leuten hier vorbei. Warte, wo bist du denn? Komm mal zu mir. Lass mal nebeneinander. Shift. Ach, ich habe alt gedrückt. Shift-F. Dann sind die Charakter weg und dann läuft er flüssig. Ah. Alter. Und ich tanze die ganze Zeit. Manuel, das ist geil. Ich gucke mir gerade eine an, ne? Und so in Nahaufnahme. Und daneben ist einer, der immer ins Bild springt, weil der so klein ist. Den habe ich gar nicht gesehen. Das ist wie so ein kleiner Pratz immer hochgesprungen. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich springe alle runter. Wie geil ist das denn? Okay, YOLO. Ich bin gestorben. Ich springe alle runter, Leute. Du bist gestorben. Wie das denn? Ja, ich... Keine Ahnung. Fallschaden im Wasser. Ah, okay. Wo bin ich? Das bringt nichts. Doch, ich bin wieder am Spawn. Ich bin am Spawn. Ja. Ich sehe dich. Ja. Wir sind alle am Spawn. Kommt wirklich alle in diesem Gang dazwischen, aber lauft erst runter, wenn wir es sagen, bitte. Damit es auch episch aussieht, wie so eine Welle von Menschen. Ja. Am besten auch hüpfend. Und ausschwärmend. Nicht so in einer Linie, sondern eher so... So wie Wasser. Seid wie Wasser. Genau. Hier sind wir gerade. Ja, Leute. Hier hin müsst ihr. Ein bisschen Zeit geben wir euch noch. Ja. Go. Da kommen die Ersten. Sie haben es gehört. Ja. Da fliegen sie uns entgegen. Alter, ey. Man sieht aber nur irgendwie so Bilder, ne? Ja, das ist richtig laggy. Ja, voll geil. Hüpft alle runter, Leute. Weil manche, die siehst du oben. Schäflich, ey. Und dann sind die unten. Weißt du? Ja. Gar nicht übertrieben. Ihr könnt uns aber gerne, falls ihr denkt, ihr habt wirklich ein richtig geiles Gesicht, das Ganze nochmal per Twitter ab oder im Spiel halt abpuschen, abfotografieren und dann halt uns senden. Ja, genau. Per Twitter ist eigentlich ganz cool. Aber per Twitter, ja. Mit dem Hashtag IonUglyFace. Hier, Mann. Erschreckt, erschrocken. Und wir hüpfen wieder alle. Da, alle hüpfen. Alle hüpfen. Da hüpfen sie alle. Hui. Bestimmt auch von Dragon Ball, so wie der aussieht. Soldaten heißen. GLP TV Piccolo. So bestimmt. Ja, den kenn ich. Den kenn ich. Alter, was soll das denn für ein Kopf? Und Akamo LP. Sieht aus wie ein Alien. Mh, na, mein Fratz. Aber schon cool, wie viele mitgemacht haben. Dieser Afrop, der wird ganz gerne. Auch bei den Frauen. Ja, ja, das ist viel zu viel Afros, sehe ich hier. Bleib doch, dreh dich doch nicht. Ich bin cool. Oh. War vielleicht fast in die kleine Brüste geflogen. Tusch, Tusch. So einen habe ich auch noch nicht gesehen. Und damit meint ihr nicht, dass da ein Schwarz aussieht. Na, du kleine. Komm jetzt nicht drauf. Von dem Körper erinnert der mich gerade an einen Herkules-Charakter. Ich weiß nicht an wen. An mich. Oh, hier hat noch so einer so ein Kopf wie Hallo. Ich bin Hallo. Schlecklord heißt der. Das war jetzt eine kleine Zusammenfassung von dem gestrigen Livestream. Wer sich das Ganze mal in voller Länge ansehen möchte, der findet den Link in der Videobeschreibung. Ebenso auch einen Link zum Spiel, wenn ihr das mal ganz normal spielen wollt. Und natürlich nochmal herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben. Hier sind jetzt nochmal so ein paar Fratzen. Und ich würde sagen, bis im nächsten Video. Tschüss. 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 Vielen Dank.